Grüß dich, schön, dass du bei mir gelandet bist. Ich habe es schon ganz lang versprochen und ein paar meiner lieben Abonnenten haben mich jetzt daran erinnert, dass ich doch einen Irland-Raubzug machen wollte oder raufladen wollte und ich habe ganz brav, nachdem ich aus Irland zurückgekommen bin, alle Dinge in den Einkaufssackerl gelassen und deswegen stehen jetzt hier bei mir unterm Schminktisch, lauter so kleine Sackerl herum mit den Dingen, die ich eingekauft habe und heute endlich zeige ich dir, was ich so alles mitgebracht habe. Und bevor ich loslege, möchte ich nur noch eines loswerden und zwar sind das eine Menge Dinge, aber die sind nicht alle für mich. Also denk dir nicht, um Gottes Willen, die ist verrückt geworden und hat da, ich weiß nicht, was alles eingekauft. Ich habe zum Teil Dinge für meine Schwester und für Freundinnen und für alle möglichen Leute, die mir irgendwelche Bestellungen aufgegeben haben, mitgenommen und deswegen ist jetzt einiges zusammengekommen. Ich war ja auf einer Reise in Irland und war da beim Boots natürlich, da musste ich hin. Ich war bei Debenhams, ich war in Dublin bei Brian Thomas und ich war in ein paar so Apotheken-mäßigen Dingen, weil die Apotheken dort, da ist es ja so, dass die ganz viel so Kosmetikartikel auch haben, die Pharmacies. Ja, und ich gehe jetzt einfach der Reihe nach durch, was ich so mitgenommen habe. Das Erste ist so eine klassische Bootstüte und da sind gleich mal einige Dinge drin. Und zwar habe ich, ich hoffe, ich raschle da jetzt nicht so viel herum, und zwar habe ich unterwegs festgestellt, dass meine Facewipes, diese Gesichtsreinigungstüte, die ich mitgenommen habe von, diese hier waren es, von Essence, dass die leider überhaupt gar nicht geschafft haben, mein Make-up runterzumachen. Und deswegen musste ich dann los und mir welche kaufen und habe mich für diese hier entschieden. Soap and Glory Facewipes. Off your face heißen die. Und ich muss sagen, mit denen bin ich echt sehr zufrieden. Also so jetzt die Zeit, die ich sie verwendet habe, und ich verwende sie auch jetzt zu Hause noch immer, mag ich sie sehr gerne. Da sind diese Tücher total weich. Und ja, war aber eigentlich aus dem Grund eben, weil meine das nicht gemacht haben, was sie hätten machen sollen. Und die habe ich jetzt hier nur noch den Rest bei meinem Schwingtisch herumkugeln, um da so Swatches und so wieder abzuwischen. Aber die mag ich echt sehr gerne, vertrage ich auch gut, trocknen meine Haut auch nicht so sehr aus. Und was mir bei denen auch gut gefallen hat, war, dass da so ein Inhaltsstoff drin sein soll, wo eben draufsteht, dass die Poren auch optisch verkleinert werden sollen dadurch. Und man eben mit diesen Tüchern auch quasi wie so einen Peeling-Effekt erzielen kann, wenn man damit so kreisende Bewegungen macht. Also mag ich sehr gerne, haben gut funktioniert. Das war mal das erste vom Boots. Dann habe ich vom Boots einige von diesen Real Techniques-Pinseln mitgenommen. Nicht nur für mich eben, sondern auch für andere Leute. Und zwar habe ich mitgenommen den Real Techniques-Stippling-Brush. Das ist so ein, ähm, so ein Duo-Fiber-Stippling-Brush. Eben so ein mit so einem, so mit einem Flat-Top. Ich kenne gerade halb englisch. Also so ein Foundation-Pinsel quasi ist das. Dann habe ich einen Powder-Brush von Real Techniques, oi, das spiegelt jetzt zu sehr, mitgenommen. So einen ganz fluffigen. Die sind, finde ich, auch sehr nett verpackt in diesen einzelnen Behältnissen. Und hinten drauf ist immer dann das Gesicht von der Sam, wie immer die weiter heißt, Sam Chapman, die ja diese Pinsel da entwickelt hat. Die ist ja ein sehr bekannter YouTuber, Pixie Woo, die wirst du sicher kennen. Und dann habe ich nochmal diesen Stippling-Brush für jemand anderen. Dann habe ich ein Blush-Brush. Und die sind, ich finde die total lustig, weil die immer diesen langen, farbigen Stiel haben. Und dann habe ich noch mitgenommen so ein Set mit diesen Augen-Make-Up-Pinseln. Ich halte das so ein bisschen schräg, dann spiegelt es nicht so sehr. Da sind fünf verschiedene Augenpinsel drinnen. Also quasi so fünf Basic-Augenpinsel. Das war mal alles aus dieser Boots-Tüte raus. Und dann habe ich auch noch von Boots mitgenommen, etliche von diesen Revlon Lip Butters, weil es die dort halt gegeben hat. Und da hatte ich sogar Glück, weil beim Boots war gerade in der Zeit, wo ich da war, bei den Revlon Lip Butters, genau ein Angebot, wo die nochmal um ein Drittel ungefähr runtergesetzt waren. Und da habe ich eine Wagenladung mitgenommen, eben für alle möglichen Leute. Und zwar habe ich hier schon mal drei Farben, die mir jetzt gerade aus dem Sackerl entgegengesprungen sind. Und Cotton Candy, Berry Smoothie und Strawberry Shortcake sind mal diese drei Farben. Und das ist ja bei denen so, dass die außen immer quasi die Farbe haben, die sie dann auch innen haben. Und jetzt zeige ich dir das nochmal so auch, da siehst du vielleicht die Farben ein bisschen besser. Aber wie gesagt, von den Farben blende ich dir vielleicht noch Fotos ein, damit du die besser sehen kannst. Das sind mal die ersten drei. Dann war ich bei, wie gesagt, bei Diebenhams und Brown Thomas. Das sind mehr so diese, so wie bei uns, Bräuninger oder solche Geschäfte. Dort war ich in erster Linie wegen zwei Marken, nämlich wegen Nas und Urban Decay, weil das so Marken sind, die ich hier irgendwie nicht gut kriegen kann. Und da habe ich zum einen mitgenommen von Urban Decay den D-Slick Make-Up Setting Spray. Und da haben ein paar Leute mir auf Twitter und so schon geschrieben, ah, warum? Und du sagst immer, Skindinavia ist so gut. Warum jetzt auf einmal den von Urban Decay? Und wenn man aber genau auf diese Packung schaut, nämlich da hinten, dann siehst du hier, dass draufsteht Urban Decay bei Skindinavia. Und Fakt ist nämlich, dass diese Urban Decay Make-Up Setting Sprays, da ist ganz genau dasselbe drin wie in den Skindinavia Sprays. Ganz genau das Identische, nur die Verpackung ist einfach eine andere. Und die Urban Decay-Dinge kriegt man hier bei uns irgendwie in der Umgebung, also zumindest bei mir, da ist Frankreich nicht so weit und so, da kriegt man die viel leichter als die Skindinavia Sprays, weil die muss ich mir echt immer aus Amerika liefern lassen. Da habe ich hier noch keinen Verkäufer gefunden. Also deswegen habe ich jetzt anstatt meinen Skindinavia No More Shine Make-Up Finish Spray, heißt der hier und von Urban Decay heißt er halt Die Slick. Und da hatte ich auch Glück, weil gerade da diese große Größe, deswegen steht da auch X Large drauf, die war gerade im Angebot und war dann günstiger als sonst die kleinere Größe. Und deswegen habe ich da auch den großen mitgenommen. So, und jetzt kommt es zu meiner Lieblingstüte, nämlich zu dieser hier von Brown Thomas. Das war ein wunderschönes Geschäft in Dublin. Also wenn du mal in Dublin bist, unbedingt dir die Zeit nehmen und da zumindest einmal durchspazieren. Das war so ein wunderschön, nobel und schön hergerichtetes Geschäft. Also da war es auch echt eine Wonne, einfach mal durchzuspazieren. Und lauter total nette Damen, die sofort gefragt haben, ob sie helfen können und überhaupt nicht irgendwie ungeduldig waren oder unfreundlich, sondern echt sehr bemüht. Und dort habe ich auch ein paar Dinge eingekauft, nämlich ein paar Nas-Dinge. Und zwar von dieser aktuellen Sommerkollektion. Da habe ich mir einmal eingekauft von Nas. Ramatuel, wenn man das so ausspricht, das Eyeshadow-Trio aus dieser aktuellen Sommerkollektion. Ich hole es jetzt raus. Plumps. Wie immer in dieser klassischen Nas-Verpackung. Ich habe es schon verwendet in der Zwischenzeit, weil ich es echt total liebe. Das sind diese wunderschönen drei Farben von Ramatuel. Da ist ein so ein bisschen terracotta-mäßiger Ton. Dann ist so ein goldschimmriger Ton und ein silberschimmriger Ton. Und ich habe auch heute mein Augen-Make-up damit geschminkt, weil das echt so die letzten Wochen, kann ich schon sagen, seitdem ich wieder daheim bin, so meine wirkliche Lieblings-Eyeshadow-Palette, kann man nicht wirklich sagen, mein liebstes Eyeshadow-Trio ist. Ich mag ja Nas-Lidschatten und Nas-Blashes und so vom Auftrag her und so total gern. Also ganz, ganz hübsche Farben. Dann habe ich auch noch von Nas. Liberté heißt das. Das ist das Blush, auch aus dieser aktuellen Sommerkollektion. Und Nas-Blashes sind ja überhaupt. Da bin ich sehr, sehr anfällig dafür. Und dieses Liberté-Blush, das schaut auf den ersten Blick total erschreckend aus, weil es so ganz ein kräftiges Terracotta-Rot auch ist. Also richtig kräftig. Aber auch das trage ich heute und ist wirklich ein wunderschöner Ton. Und was bei dem für mich auch fein ist, ist, dass man es auch als Bronzer, finde ich, verwenden kann. Also so zum Konturieren ein bisschen, weil es eben so ein ganz angenehmer, warmer Ton ist. Und der Haut, finde ich, so schmeichelig. Also das ist so eine Farbe, wo ich finde, dass es den eigenen Hautton viel mehr strahlen lässt. Also auch das habe ich mir geholt. Wie immer, wenn ich Nas in die Finger kriegen kann, dann wird das irgendwie teuer. Dann habe ich auch von Nas noch den Tinted Moisturizer. Und zwar in der Farbe St. Moritz. Oder St. Moritz. Der ist ja auch relativ, also gut, jetzt vielleicht nicht mehr ganz, aber relativ neu. Und auch mit dem, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Der ist sehr, sehr pflegend, hat auch einen Lichtschutzfaktor 30. Und was bei dem wirklich für mich auffallend ist, ich würde den fast mehr in Richtung BB-Cream einordnen, deswegen. Weil der nicht nur, also er macht schon das Klassische, was so ein Tinted Moisturizer macht, dass er halt eben Feuchtigkeit gibt und gut versorgt und gleichzeitig so ein bisschen aufebnet und diese Unreinheiten so ein bisschen angleicht. Aber was bei dem auch ist, ich finde, der trägt einfach richtig so zu einem strahlenden, schönen Turball. Also wenn ich den drauf habe, da ist es echt so, dass ich überhaupt nicht mehr dran denke, Foundation zu nehmen. Und jetzt gerade im Sommer finde ich den sehr, sehr angenehm. Was bei mir das Problem ist mit meiner sehr fettigen Haut, ist, dass er immer noch so ein bisschen zu reichhaltig ist. Aber im Vergleich zu anderen Tinted Moisturizers finde ich, dass er wirklich sehr, sehr gut ist im Vergleich. Also ich glänze nicht ganz so schnell wie mit anderen. Ich muss trotzdem, also ich verwende trotzdem einen Primer und einen Make-Up-Setting-Spray und ich verwende Puder. Also so dieses Rundherum habe ich gleich im Vergleich zu einer Foundation. Aber so bin ich echt total zufrieden. Und es ist wirklich so, dass gleich direkt nach dem Auftrag, würde ich gar noch nicht so sehr sagen, aber so binnen einer Viertelstunde oder so habe ich das Gefühl, sinkt das Ganze dann so in die Haut. Und man hat richtig so einen strahlenden, gesund wirkenden Tint. Und da bin ich echt total dankbar, dass ich den auch gefunden habe. Und wie gesagt, meine Farbe ist St. Moritz. Dann, was habe ich noch gekauft? Oh ja, noch so ein Liebling von NARS auch. Buenos Aires heißt dieses liebe Ding. Und zwar ist das so ein, wie heißt es, Velvet Gloss Lip Pencil. So etwas habe ich vorher noch nie gehabt und noch nie ausprobiert, muss ich ehrlich zugeben. Aber auch den trage ich heute, wie schon so die letzten Wochen über eigentlich ununterbrochen. Das ist so ein, schaut im Prinzip aus wie diese Jumbo Eye Pencils so ein bisschen. Auch vorne ist das eben wie so ein dicker Stift. Und das ist aber Lippenfarbe und macht so eine schöne, glossige, strahlende Farbe auf den Lippen. Und dieser Ton Buenos Aires ist, finde ich, auch besonders schön. So, und bei einem Blick auf die Uhr sehe ich, dass ich jetzt schon eine Weile quassle. Und deswegen, glaube ich, wird es jetzt hier einen Cut geben und einen Teil 2 von meinem Irland-Raubzug. Weil sonst wird dieses Video irgendwie endlos lang. Und ich weiß, es gibt einige, die diese ewig langen Videos nicht gern mögen. Und deswegen jetzt hier der Cut. Und wir sehen uns hoffentlich gleich beim zweiten Video, beim Teil 2 wieder, wo es dann weitergeht, weil einiges ist in meinem Sackerl da noch drin. Dann hoffe ich, wir sehen uns gleich wieder und bis dahin eine schöne Zeit. Baba!